Hallo, suchen Sie als erstes Ihre Stopptaste. Die wird jetzt bei dieser Sendung das Wichtigste sein, denn ich stoppe. Wir stoppen jetzt und lesen gemeinsam erstmal diesen Text, damit ich ihn nicht alles vorlesen muss. Jetzt stoppen. Das sagt also alles. Nur für die Klügsten und oberen Zehntausend, leider mussten wir den Gedanken, die ganze Welt zu retten und alle zu retten aufgeben. Dafür sind die meisten Menschen, sind gar nicht vernünftig genug für den Ausweg raus aus dieser jetzigen Hölle in ein Paradies auf Erden. Dafür braucht es leider ein hohes Maß an Vernunft. Das finden wir nur bei den Allerklügsten, den Allerintelligentesten, den Allerschlauesten und allen anderen. Dann müssen wir traurigerweise verabschieden von dieser Welt als die, die als Opfer geboren werden und als Opfer sterben werden. All die Opfer all der verschiedenen Religionen und Sekten dieser Welt, Denksekten an den Universitäten. Wir haben ja diese ganzen pseudowissenschaftlichen Sekten an den Universitäten auch. Die ganze Gesellschaft ist durchdrungen von unrealistischen Religionen und Sekten, wo die Opfer eben reingeboren werden und als Opfer auch wieder sterben werden. Nur für die Klügsten wird es wohl einen Gemeinwohlstaat der Erde geben können. Jetzt haben wir das erste Buch an einen Unternehmer verkauft, der gleich gesagt hat, dass er einen Freund hat, der Milliardär ist. Und dem wird er das Buch dann auch schicken sofort, wenn er es ausgelesen hat. Und vielleicht gewinnen wir so den ersten Milliardär, der den Kontakt zu den anderen Milliardären der Welt herstellen kann. Und vielleicht beginnt es dann, dass dieses Gemeinwohlland, das ja auch die allerniedrigsten Steuern der Welt haben wird. Alle großen Konzerne der Welt werden ihre Zentralen in dieses Gemeinwohlland verlagern. Es wird sicherlich das reichste Land der Erde werden, weil es eben natürlich all die unvernünftigen Menschen ja gar nicht mitnimmt, weil die Einbürgerungstests mit diesen zwei Büchern natürlich alle unvernünftigen draußen lassen. Und beim Gemeinwohlland wird es auch so sein, dass nur die wirklich Arbeitenden überhaupt zugelassen werden. Das wird ja noch viel strenger sein als bei Australien oder Kanada. Es werden nur hochqualifizierte Personen überhaupt aufgenommen und so weiter. Also wer im Gemeinwohlland nicht arbeitet und nicht arbeitsfähig ist, bei dem erlischt ja die Staatsbürgerschaft sehr schnell dann wieder. Das heißt also, wir werden fast null Sozialausgaben haben. Wir werden das niedrigste Steueraufkommen der gesamten Welt haben, weil wir all das Kranke und Kaputte, dass die ganzen Industrien, die vom Niedergang eines Landes leben, die Deutschland jetzt vollständig ruiniert haben, aus Sicht eines in den Weltartikels vor einigen Tagen, wo ein Ministerpräsident ganz klar gesagt hat, Deutschland ist kaputt und geht jeden Tag weiter kaputt. Und das ist leider, das mussten wir ja auch bestätigen, da ist nichts zu machen. Also es tut uns leid, aber wir müssen uns auf die Allerklügsten orientieren. Und deswegen, für die ist eine Spende pro Buch von 998 Euro für jeden der beiden Bände, sind das Peanuts für die Allerklügsten. Und bei der Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes werden wir ganz sicher nicht so streng sein. Da ist nicht ein Kriterium die Arbeitsfähigkeit oder so, sondern da kommt es uns nur auf die Klugheit drauf an. Da sind also die Türen Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes, diese Gemeinwohlgemeinschaften, die da entstehen sollen, da sind die Schwellen viel niedriger, als sie sein werden beim ersten Gemeinwohlland der Erde. Hoffentlich schaffen wir es mit viel Geld, dass im Süden von Kanada ein kleines Stück Staatsgelände, oder im Norden von Mexiko, oder in Südamerika, oder in Afrika ein kleines Stück Staatsgelände gekauft wird, das dann zum einzigen guten Land der Welt werden wird. Und die Rezensionen schauen wir uns gleich an, die zeigen das bestrezensierte Buch. Jedenfalls habe ich noch nie so positive Rezensionen über irgendein anderes Buch gesehen, wie über unsere Bücher, über den einzigen Weg zum besten Leben. Ja, also wir mussten uns davon verabschieden, 95, 99 Prozent der Weltbevölkerung sind einfach, werden als Opfer geboren und sterben als Opfer und da ist nichts möglich. Pause, drücken, Pause, drücken, hier drücken wir wieder Pause und lesen. Ja, diese kurze Rezension sagt wirklich alles. Die Zentralirrtümer oder Richard Dawkins, Prof. Richard Dawkins, der berühmte Vorläufer des Weltrates und der Next Scientist for Future mit seinen vielen Westsellerbüchern, würde vielleicht von Irrtumsmemen sprechen. Wir übersetzen das für Sie einfach nur mit dem Wort Zentralirrtümer. Alles entscheidend, was unser Leben ruiniert. Es gibt nur einen Faktor, der für alles Elend zur Verfügung steht. Diese 30 Zentralirrtümer unserer Zeit, die von den beiden Büchern behandelt werden. Und ja, nur die geht es. Und diese kurze Rezension sagt eigentlich schon alles. Hier hat jemand unser Buch verstanden. So, wieder lesen, Pause, drücken. Ja, auch Ihnen wird es so gehen, wie dieser rezensierenden Person. Sie wird, auch Sie, Ihnen wird es so gehen, dass Sie vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass Sie vielleicht am Anfang des ersten Bandes denken, Ja, diese Zentralirrtümer, die habe ich ja auch schon durchschaut. Ja, aber es gibt 30 davon, circa 30 ganz große Zentralirrtümer. Und Sie werden vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 davon durchschaut haben. Aber Ihnen wird es genauso wie dieser Person gehen. Am Ende des zweiten Bandes werden Sie, wenn Sie ehrlich sein können, überhaupt zugeben müssen, dass Sie über 20 dieser Zentralirrtümer bisher überhaupt nicht durchschaut hatten, sondern dass Sie darauf einfach nur reingefallen waren und Ihr Leben aus Opferdasein gegenüber diesen Zentralirrtümern bestanden hat. Ja, dann jetzt wieder gleich Stopp drücken, wir drücken Stopp oder drücken Pause natürlich. Ja, dieses Buch kann der Beginn einer völlig neuen Lebenseinstellung sein. Ja, so ist es, wenn Sie klug genug sein sollten und vernünftig genug sein sollten und sich von all dem, was Ihnen bisher nicht bewusst war, denn dieses Wort unterbewusst, da soweit ist offensichtlich die Person beim Rezensieren noch nicht gewesen, dass sie noch nicht verstanden hat, dass es das Unterbewusste und das Unbewusste und das Verdrängte nie gegeben hat, dass es sich da um Zentralirrtümer der Menschheit handelt oder auf jeden Fall Irrtümer der Menschheit handelt und dass wir sozusagen mit dieser neuen Lebenseinstellung kriegen wir den Schutzmantel, zu dem wir ja auch gleich noch kommen. Aber dann lesen wir jetzt erstmal die nächste Rezension und das können Sie schnell lesen und dann jetzt hier lesen wieder eine andere Person, Stoppen, Pause drücken. Diese Person benutzt noch das Wort Lügen. Ja, wir Naturwissenschaftler sagen Zentralirrtümer, voll von Irrtümern, ja, denn die Lügen, das unterstellt, da hat die Person natürlich den zweiten Band noch nicht gelesen, da wird ihr deutlich, warum dieses, ja, alles Verbrecher, die uns belügen da oben und so weiter, warum das auch wieder ein Zentralirrtum ist. Also da braucht man, man muss schon auch das Ende des zweiten Bandes können diese Person jetzt noch nicht kennen und deswegen benutzt sie da noch natürlich auch noch das falsche Wort. Ja, lesen Sie den Rest in Ruhe weiter, Pause drücken. Ja, im Buch wird halt die Wahrheit ans Licht gebracht, damit die Menschen endlich die Augen öffnen und aufhören, ein Opfer zu sein. Aber das schaffen nur die Allervernünftigsten, die anderen, da muss man einfach sagen, traurig, das sind also nur der klügste, vernünftigste von 10.000 Menschen, alle anderen 9.999 Menschen müssen wir, von denen müssen wir uns traurigerweise verabschieden. Das sind Opfer, geboren als Opfer und sterbend als Opfer, die sowas gar nicht verstehen und so weiter und für die dieses Buch eben leider ungeeignet ist, so sehr wir uns das ja auch wünschen würden. Aber das geht einfach nicht. Die Vernunft ist eine absolute Grenze, der Vernunftmangel ermöglicht kein Glück. So, ja, dann lesen wir jetzt wieder, Pause drücken. Ja, diese Person hat also schon offensichtlich ein Stück mehr gelesen von dem ersten Band. Da sagt sie, ich war erschrocken, wie viele Gebenheiten und wie viele Zentralirrtümer ich nicht richtig wahrgenommen und noch nie hinterfragt habe. Ja, und das so als eigentlich aufgeklärte wissenschaftliche Person. Aber so ist das halt und ja, also da sieht man, wie die Menschen sich beim Lesen positiv verändern und das ist bei den anderen Büchern, da ist man in der Illusion, man würde sich positiv verändern in allen anderen Büchern der Welt. Aber hinterher bleibt da nichts von Bestand, weil es keine wirkliche Veränderung ist, sondern nur die Bücher geschickt, die Illusion, dass man sich verändern könne, erzeugen. Aber wenn man ein Jahr später guckt, hat der Mensch überhaupt nichts aus diesem jeweiligen Buch gelernt, während hier die Leute bleibend verändert werden. Ja, dann lesen wir doch mal das Nächste hier. Pause drücken natürlich. Ja, bei dieser Rezension zum Beispiel hat die Person noch nicht so weit gelesen, dass sie die Studie gelesen hätte, die da von Professoren außerhalb des Weltrates im ersten Band drin ist, die ja letztendlich ganz klar, wenn auch nur für ganz verständige Leute ganz klar sagt, dass unser Gesundheitssystem ja sogar so weit zu verstehen ist, dass es einer der drei großen krankmachenden Faktoren ist. Das heißt also, in unserem Gesundheitssystem wird manchmal vielleicht etwas Nützliches gemacht, aber in der Summe wird mehr Schaden angerichtet als Nutzen. Und diese Feststellung dieser Professoren, die nicht zum Weltrat gehören, dieser groß angelegten Studie, die hat diese Person da noch nicht gelesen bei dieser Rezension. Jetzt schauen wir uns mal die Nächste an und pausieren sofort wieder. Ja, das ist eine Rezensionsperson, die offensichtlich Meister der deutschen Sprache ist, also nicht die üblichen Tippfehler macht, die sonstige studierte Menschen oder studierende Menschen oft machen bei ihren Texten, sondern hier gestochen scharf formuliert. Und ja, das ist eine sehr wissenschaftliche Rezension, die also das richtig andeutet. Und der Traum vom Paradies bei uns, das Gemeinwohlland und das Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde, das ist ja das ganz klare Großziel. Wobei die Bücher natürlich auch alleine schon als Schutzmantel gegen das manipuliert werden durch die Zentralirrtümer. Wie gesagt, der normale Mensch, auch der sehr gebildete Mensch, wird über 20 der in den beiden Bänden genannten Zentralirrtümer und beschriebenen Zentralirrtümer noch nie durchschaut haben in seinem Leben. Die wird er zum ersten Mal mit diesem Buch, weil es ist auch das einzige Buch, diese beiden Bände sind die einzigen Bücher, die einem die Möglichkeit geben, diese geheimen Zentralirrtümer der Menschheit wirklich durchschauen zu können. So, dann lesen wir mal die nächste Rezension, sofort Pause drücken. So, die zweite Seite auch wieder gleich Pause drücken. Ja, diese gestochen, scharfe Rezension ohne jeden Tippfehler, jedenfalls kann ich keine erkennen, ist brillant. Ich hoffe, Sie haben sie gründlich gelesen. So, dann jetzt hier wieder Stop drücken. Wir kommen nachher übrigens noch zur Verlagsseite, also freuen Sie sich drauf, die Rezensionen sollten Sie aber unbedingt lesen und die sind übrigens auch dann auf der Verlagsseite auch drauf, also, aber wir können Sie hier besser lesen, hier in besserer Bildqualität schon lesen hier und mit weniger Aufwand. Also Pause drücken. Hier erkennt die Person genau, dass es Dinge gibt, die wir alle für selbstverständlich ansehen, ohne zu merken, wie sie uns die Freude am Leben entziehen. Also dieses, dass der normale Mensch ja denkt, er sei in dieser Hölle tatsächlich glücklich, weil er eben so wie der Frosch, angebliche Frosch in dem angeblich langsam heißer werdenden Wasser sozusagen gar nicht merkt, dass er dabei ist zu verbrennen und verbrannt zu werden, weil das so langsam geschieht und wir vom ersten Tag von der Geburt an quasi Stück für Stück vom Glück entwöhnt werden, sodass wir das dann, dieses winzige Glück, also diese ein bis zehn Prozent des Glückes, das uns eigentlich die Natur gegönnt hätte, dann wirklich für Leben halten und für das Leben halten und dann sagen, ach mir geht es doch gut, ich bin doch glücklich, glücklicher dürfte ich gar nicht sein und solche verrückten Sachen hört man dann von den Opfern dieses Systems. Also, wie gesagt, nur die Vernünftigsten können das relativieren und sehen, ja hoppla, vielleicht weiß ich ja gar nicht, wie glückliches Leben geht, weil ich noch nie in einer glücklichen, in einem Gemeinwohlland gelebt habe und noch nie in einem Botschaftsgelände Köln, das ersten Gemeinwohllandes der Erde gelebt habe und dadurch noch nie eine andere Lebenslust und Lebensqualität und Lebensfreude kennengelernt habe, sondern vielleicht nur in irgendwelchen dieser Horror-Kommuneprojekte oder Gemeinschaftsprojekte oder Mehrgenerationen-Gewohngemeinschaften war, wo sich die Menschen auch wieder nur die Hölle auf Erden bereiten, weil sie diese zwei Bücher nicht haben und noch nicht zur Verfügung hatten. So, dann schauen wir die nächste, pausieren bitte, dass man leicht selbst darüber nachdenken kann, wenn man darüber nachdenken kann. Also, wer dieses Buch nicht versteht, gehört halt zu den Opfern und da ist nichts zu machen. Dann ist mit seinem Leben und da ist auch nur, für den bleibt nur das Leiden. So, jetzt wieder Pause. Ja, natürlich, dieses Buch kann einem sehr helfen, wenn man es zulässt. Also, wenn man überhaupt zu den, nicht Opfern, sondern zu den klügsten, vernünftigsten, schlauesten der Welt gehört, dann, nur dann ist das halt leider der Fall. Also, so, Pause und wieder Pause drücken und lesen natürlich. Interessant, aber das werden eben nur die Glücksten der Glücksten wirklich richtig verstehen können und es freut mich, dass diese Person es verstanden hat. So, Pause drücken und lesen. Also, man merkt, dass diese Person auch aus dem psychologischen Wissenschaftsbereich kommt. Grundprinzipien der positiven Verstärkung, also der positiven Belohnung, das ist die psychologische Fachsprache, ja, der studierten Psychologen. Die Grundprinzipien der positiven Belohnung von menschlichem Verhalten, also von, man kann aber auch sagen, von wirklich gutem Verhalten und gutem Tun, werden auf nahezu jeden Wirtschaftssektor angewendet. Faszinierend. Ja, man muss sagen, in Wirklichkeit auf jeden Wirtschaftssektor, aber die Person hat ja auch den zweiten Band wahrscheinlich noch nicht gelesen. Also, wir wenden das auf jeden Bereich an. Wir messen ja Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner und schütten danach die staatlichen Verdienstzuschüsse aus und dadurch wird eben keinerlei Schaden mehr angerichtet in einer Gesellschaft und wir brauchen dann eben, wir haben dann praktisch kaum noch Kranke im Gemeinwohlland, wir haben dann kaum noch praktisch fast nie einen Arbeitslosen, weil die drei Arbeitsamtmitarbeiter, die es im Gemeinwohlland gibt, dann sofort Geld verlieren, wenn auch jemand nur einen Tag arbeitslos ist und wenn jemand zwei Wochen arbeitslos ist, dann verliert er ja schon seine Staatsbürgerschaft und wer ohne Aufenthaltsberechtigung im Gemeinwohlland angetroffen wird, wird mit zehn Jahren Gefängnis ohne einen Tag Verkürzungsmöglichkeit bestraft. Also ein winziges Gefängnis wird es auch geben und ein Gefängniswert, der, wenn es Wiederholungstäter gibt oder wenn es immer wieder Täter gibt, auch wieder viel Geld verliert, denn das Gefängnis muss natürlich so sein, dass es abschreckend wirkt. Und auch eine Wirkung hat und da kann man ja auch noch darüber lange diskutieren, wie muss eigentlich eine Strafe aussehen, damit es nie wieder Wiederholungstäter gibt. Das muss man dann ja auch klären. Aber jetzt lesen wir mal weiter, Pause drücken. Hier ist mir am meisten jetzt nochmal aufgefallen, ja, die Weltratprofessoren sind tatsächlich Idealisten, die den Bezug zur Realität nicht verloren haben. Das ist entscheidend. In der Alternativszene findet man Idealisten, die aber völlig durch Zentralirrtümer manipuliert sind und völlig den Bezug zur Realität verloren haben und Lösungsideen vorschlagen, die zur Zerstörung, zur noch größeren Zerstörung, zur Verschlimmbesserung der Gesellschaft führen würden. Und bei uns ging es natürlich darum, den Bezug zur Realität eben nicht zu verlieren, sondern und nicht irgendwelche weiter das Land zerstörende Aspekte zu beschreiben für das Gemeinwohlland und für mögliche Gemeinwohlländer, sondern eben, ja, wenn Deutschland, was bei dem Vernunftsmangel in Deutschland nicht zu erwarten ist, das zum Gemeinwohlland würde, also beraten würde von den circa 20 Professoren von Weltrat und Next Scientists for Future, dann hätten wir jedes Jahr ein konstantes Wirtschaftswunder von ungefähr 500 Milliarden, also jedes Jahr 0,5 Billionen Euro mehr im Lande als Wirtschaftswunder für alle Menschen und weil, wenn man den Bezug zur Realität nicht verliert, dann kann man das, aber all die Alternativkonzepte der Gesellschaft, die würden allesamt, die Gesellschaft ruinieren, sogar die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber würde ein Wirtschaftsruin bedeuten, weil da ganz viele Zentralirrtümer noch mitschwingen und er sich nicht auf den gesunden Kern des Gemeinwohlgedankens konzentriert und er hatte eben völlig den Bezug auch zur Realität verloren und deswegen heißt ja unser Lösungsmodell für das Gemeinwohlland und das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes der Erde Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi oder kurz GGK oder GGK ganz kurz das ist das Zaubermittel, also statt sozialer Marktwirtschaft, diesem Höllensystem, das noch nie funktioniert hat, sondern nur scheinbar funktioniert hat, GGK, ja, also im Gemeinwohlland ist das, die heißt die Wirtschaftsform GGK und alles, was wir Alternativkonzepte sonst auf der Welt haben, sind alles Wirtschaftszerstörungs- und Wirtschaftsruinkonzepte, wir sehen das ja auch gerade, dass die jetzige deutsche Regierung inspiriert durch viele alternative Zentralirrtümerkonzepte natürlich gerade auch dabei ist, ein Stück Wirtschaftsruin in Deutschland ganz sichtbar zu praktizieren. So, nächste Seite, pausieren natürlich. Ja, ganz kurz dazu hier, ja, am Ende des zweiten Bandes werden all diese Fragen beantwortet sein, weil, weil, sozusagen, natürlich die Leute dann nach und nach anhand der 30 Zentralirrtümer erkennen werden, wie nämlich die eigentlichen Wahrheiten aussehen, die werden dann immer deutlicher benannt und wie dann eine gesunde, glückliche Gesellschaft im Gemeinwohlland oder im Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde, des 194. UNO-Staates und vielleicht 31. NATO-Mitgliedes am Ende aussieht, dass das sozusagen werden wir, wird am Ende des zweites Buches ganz klar sein und wir kommen ja gleich noch auf die Texte des Verlages auch, wo übrigens immer alle neuesten Nachrichten sind. So, jetzt lesen Sie nochmal hier den letzten Satz, damit Sie noch drin sind und dann gehen wir auf die nächste Seite. So, wieder Pause drücken und lesen. Die Lust auf mehr machen, ja, also Open Mind, also man muss halt zu den Klügsten gehören und hier, das ist eben gut, sie deutet hier an, dass diese Paranoia, diese verschwörungstheoretische Paranoia natürlich, dass die vom Weltrat natürlich nicht geschürt wird, sondern im Gegensatz dazu im zweiten Band ja ganz detailliert aufgedeckt wird. Welche Zentralirrtümer haben zu dieser Vorstellung, oh, alles Verbrecher, die da oben, die wollen uns alle böse, zu dieser Paranoia-Bewegung, warum die so weit verbreitet ist und so weiter und dann im zweiten Band kann man sich ja davon lösen, wenn man klug genug ist dazu. Die ganzen Opfer werden weiterhin in dieser verschwörungstheoretischen, paranoiden Welt weiterhin leben werden und da können wir nichts dran ändern. Wir können nur dafür sorgen, dass solche Menschen niemals Mitglied des Gemeinwohllandes der Erde oder auch niemals Mitglied des Botschaftsgeländes Köln des ersten Gemeinwohllandes der Erde bestehen. Deswegen sind ja dann unsere Einbürgerungstests nach Buch 1 und 2 extrem streng und das bestehen nur die glücksten der glücksten der Welt. Und wie gesagt, wenn einige davon noch viele Milliarden mitbringen, dann werden wir natürlich ruckzuck dieses Gemeinwohlland als perfektes Land realisieren können. Und hier deutet es ja auch an, es gibt ja auch viele Leute, die also Evolutionsbiologie verteufeln und ablehnen und so weiter. Ja, also wir, bei uns ist natürlich so, wenn man die Evolutionsbiologie richtig versteht, dann ist das eine menschenliebende und menschenglücklich machen wollende Konzeption, auch wenn dabei man nicht aufgrund des Idealismus nicht die Realität aus dem Auge fallen lassen darf. Und im Gegenende des zweiten Bandes wird man verstehen, was damit gemeint ist, wenn man wirklich bei allem, bei den Tatsachen und der Wahrheit bleibt und nicht bei Illusionen, die wieder nur ein Land ruinieren können. Ja, jede Illusion ruiniert ein Land, jeder Zentralirrtum und jede darauf fußende Illusion ruiniert das Land und wir müssen alle frei werden von allen Zentralirrtümern und nur so geht es. Ja. So, dann wieder pausieren und lesen. Ja, ich bin der Meinung, es ist jeden Cent wert. Ja, es wird eben nicht das Blaue vom Himmel versprochen, wie in all den anderen Büchern, sondern es wird wirklich ein, dass der Leser wirklich ins positive grübeln bekommt, was er eigentlich, wie sein Leben eigentlich bisher ruiniert wurde. Ja, und dann erst kann er erkennen, ja, hoppla, wo ich dachte, ich sei doch glücklich und zufrieden, habe ich einfach noch nie gelebt. Ja, weil ich, und ich habe es auch noch nie versäumt. Und man sieht, dass die Leute natürlich oft noch bei dem ersten, das Gesundheitssystem ist ja nur das allerleichteste Hereinkommensthema und das Ernährungssystem, das sind so die Anfängerthemen, weil die ja zum Glück natürlich von vielen schon hinterfragt und relativiert wurden und weil es da schon manche kritische Einsichten gab. Aber bei den anderen Zentralirrtümern, da hätten die Leute, die gleichen Leute, die auch schon so kritisch sind gegenüber den Anfangsthemen der Bücher, würden bei den letzten 20 oder 15 Zentralirrtümern der Menschheit, da hätten sie bis jetzt noch, wären sie bereit gewesen, jeden umzubringen, der ihnen behauptet hätte, dass es sich dabei um Irrtümer handelt und Manipulationen handelt, die unser Leben zerstören und unsere Gesellschaft zerstören. Das heißt, wir sehen, dass viele Rezensionen noch in der Anfangslesephase geschrieben sind, aber auch da scheint es eben schon sehr viel Veränderung zu geben. So, pausieren. Ja, jeder, selbst zu den Klugen gehört und Vernünftigen, sollte dieses Buch gelesen haben, ist klar. Und wieder Pause drücken und lesen. Ja, hier, es geht eben manchmal nicht mit rechten Dingen zu, weil eben im Gesundheitswesen Zentralirrtümer drin sind, die mehr zu Geldgewinnen für die Beteiligten führen, für die Professionen führen, als zu Gesundheit und Glück der Menschen. Ja, das ist einfach so. Ja, und hier, wie auch das zweite Buch, stellt auch dieses erste Buch alles in Frage an, dass wir glauben. Alles in Frage an, dass wir glauben. Ja, die Welt besteht eben auch, die Universitäten bestehen nur aus, ausschließlich aus unterschiedlichen Religionen, die alle auf unterschiedlichen Mustern von Zentralirrtümern unserer Welt bestehen, sodass wir, also deswegen sind ja auch ungefähr 90 Prozent der Universitäten pseudowissenschaftlich, weil es einfach überall alles, die gesellschaftlich relevanten Religionen natürlich auch die, die die Wissenschaftler beeinflussen in ihrem Menschen denken. Und also man kann sagen, unsere ganze Welt besteht aus vielen verschiedenen Religionen, beziehungsweise Sekten, Glaubenssekten. Und das durchzieht die Universitäten ganz genauso wie auch die gesamte Welt. Und es gibt nur eine kleine. Wir hoffen auf den klügsten von 10.000 Menschen, der das Buch liest und den klügsten von 100.000 Menschen, also klüger als 99.999 Menschen, der klügste von 100.000 Menschen. Diese Person, da hoffen wir, dass die sich im Gemeinwohlland melden wird. Das wären dann 800 Menschen im Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes der Erde aus Deutschland stammend, 800. Und es wären dann 80.000 aus der gesamten Welt stammend. Dafür braucht es natürlich noch eine englische Übersetzung irgendwann. Aber sozusagen 80.000 Bürger und mehr Kluge wird es auf der Welt einfach nicht geben. Mehr als diese 80.000 klugen Menschen gibt es einfach nicht auf der Welt. Und damit müssen wir traurigerweise leben. Und wir können nur dafür sorgen, dass auch nur diese 80.000 klugen rein dürfen in dieses Land und nicht die ganzen anderen Opfer, die dann auch ihr Opferdasein natürlich mitbringen und dann das Land kaputt machen würden und runterziehen würden mit ihrer Unvernunft und mit ihren ganzen Zentralirrtümern, die sie ja uns dann mitbringen würden. Deswegen müssen wir die ganz konsequent rausfiltern und niemals dürfen die einen Einbürgerungstest bestehen. Ja, nächste Seite. Pausieren. Lesen. Ja, ich habe begonnen, selbstverständliche Dinge zu hinterfragen. Ein gutes Gefühl. Ja. Ja, kann man, doch kann man in einer Welt, in der wir leben, überhaupt wirklich glücklich sein. Das ist die zentrale Frage. Dieser Abschied, diese Trauer, sich klar zu sein. Ja, ich selbst ja zu erkennen, dass ich mein Leben ruiniert habe, weil ich die Zentralirrtümer der Universitäten. Ich habe ja Psychologie und Medizin studiert in allem, was mit Psychosomatik, Psychotherapie, Psychoanalyse, Psychotherapie, allgemein klinische Psychologie zu tun hat. Aber ich habe damit mein Leben zerstört. Ich habe mein Leben vergeudet, weil ich da lauter Zentralirrtümer, mit lauter Zentralirrtümern gefüttert bin, die ich nicht sofort durchschauen konnte, weil es diese beiden Bücher noch nicht gab. Hätte ich doch diese beiden Bücher mit 15 schon gehabt, mit 14 schon gehabt, mit 16 spätestens oder spätestens im ersten Semester. Ich hätte mir den ganzen Quatsch sparen können und hätte vielleicht jetzt schon mit dem Geld, was ich auch aus, wir sind ja eine relativ reiche Familie gewesen, hätte ich schon vielleicht mit den zwei Büchern, hätte ich ein funktionierendes Botschaftsgelände des ersten Gemeinwohllandes der Erde erfolgreich aufbauen können, in Wiesbaden oder in Mainz und so weiter, in meinem Haus damals und so weiter. Ja, vielleicht hätte man das alles schon längst hingekriegt und ich hätte dann mit 15, 16, 14, 15, 16, 17 schon mit voller Energie dieses Richtung Gemeinwohlland wirken können und was habe ich mein Leben vergeudet? Diese Trauer und das drückt die Person hier mit dem Satz aus, doch kann man in einer Welt, in der wir leben, überhaupt wirklich glücklich sein? Ein völlig fremdbestimmtes System, dem wir uns alle fügen, weil es irgendwie schon immer so war. Eine Gesellschaft, die fast vollständig auf Gewinne und Profit und eben nicht auf Glück und Nächstenliebe aus ist. Ja, und wir im Gemeinwohlland ist alles so, da dürfen Leute Milliarden verdienen, gerne, aber immer nur durch Akte der Nächstenliebe und zwar durch bewiesene und gemessene Akte der Nächstenliebe. Wer mir Nächstenliebe gegenüber praktiziert, da schaue ich nicht, ob der 100 Milliarden bekommt oder 200 Milliarden oder 300 oder 400 Milliarden, das ist mir scheißegal, weil er ist ja mein Freund, er hat mir gegenüber mit seinem wirtschaftlichen Handeln Nächstenliebe praktiziert, mit seinem Wirken in der Gesellschaft mir gegenüber Nächstenliebe praktiziert. Da darf der, da gönne ich dem alles Geld der Welt. Wer das gut kann und mir gut helfen kann, da bin ich doch glücklich drüber. Ja, also Sie merken, das Gemeinwohlland ist keine Neidgesellschaft wie unsere kranke deutsche Gesellschaft, wo man jedem, jeden Euro neidet und wegnehmen möchte und gern bestehlen möchte und Revolutionen machen möchte und den Reichen in den Hintern treten möchte und so weiter. Wir lieben die Reichen. Bei uns, alle reichen Firmen der Welt werden einen Sitz, ihre Zentrale ins Gemeinwohlland verlagern. Das wird das einzige wirklich voll reiche Land der Erde werden, weil wir, wenn jemand mir gegenüber Nächstenliebe praktiziert, dann neide ich ihm doch nicht seine 500 Milliarden oder 200 Milliarden oder 100 Milliarden oder so. Das ist mir doch scheißegal, er ist doch mein Freund, der praktiziert mir gegenüber mit seinem Supermarkt, hilft er mir zu einem kerngesunden Leben mit Ursorten, mit naturbelassensten Lebensmitteln, die für meinen Stoffwechsel ideal verstoffwechselbar sind und die meinen Körper maximal schön und gesund machen. Und soll ich einen Freund, warum soll ich dem neiden, wenn er 300 Milliarden, 400, 500 Milliarden hat? Das ist völlig absurd. Aber so krank ist ja Deutschland. Da wird alles geneidet. Ja, weil es ja auch ein mörderisches System ist. So und jetzt wieder Pause drücken und lesen. Und wieder Pause drücken und lesen. Ja, hier sagt die Person ja, also da, die erlebt das auch, dass man im Studium ja auch ganz viel mit Zentralirrtümern gefüttert wird, die in diesem System ja auch wirtschaftliche Vorteile bringen könnte. Aber dass das nicht die Wahrheiten sind, sondern dass das Zentral, dass man also in der Wissenschaft Zentralirrtümer vermittelt bekommt und mit Zentralirrtümern abgespeist und gefüttert wird, das ist halt so in Deutschland. Es wird aber im Gemeinwohlland genau umgedreht sein. Dort werden nur noch Zentralwahrheiten und Aufdeckung von Zentralirrtümern unterrichtet werden an den Universitäten und all die Pseudowissenschaftlichen, all diese Religionen und Sekten unserer, des Deutschen oder der der jetzigen Welt, die wird das in den Gemeinwohlländern alles bald, so in Kürze oder von Anfang an nicht mehr geben. Also und jetzt wieder Pause drücken, lesen. Ja, so differenziert wie möglich durch die Welt gehen, sich von möglicherweise nicht bewusst festgefahrenen Gedanken und so weiter, frischen Wind reinkriegt in die möglicherweise nicht bewusst festgefahrenen Gedanken und so weiter. Ja, also was hält uns davon ab, glücklich zu sein? Ja, erst mal, was hält uns ab? Natürlich unser Umfeld, das uns sagt, du bist doch schon glücklich und uns einredet, ja, du bist doch zufrieden und glücklich und wenn du noch mehr Glück hättest, dann würdest du ja leiden, weil Glück macht ja leid. Ja, die Leute glauben wirklich, dass mehr Glück leiden bedeuten könnte. So wahnsinnig sind Zentralirrtümer, ja, also, ja, das ist der Hammer, ne? Und, ja, aber die Person hier erkennt, was hält uns davon ab, wirklich glücklich zu sein? Unser Umfeld. Was genau die Ursachen sind, beschreibt das Buch hervorragend, ja, und so weiter, ne? Ja, 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 wieder pausieren und lesen. Oh, ich vermute, das könnte die letzte Rezension gewesen sein, die wir bis jetzt im Internet gefunden haben, durch kräftiges Googeln und so weiter und, ja, hier, das können wir mal alles schnell abhaken, da können Sie sich nochmal, die Bücher, ganz dezent sind die Bücher gestaltet, ganz auf Information zentriert und nicht auf Blendungen und Farben und bunt und so weiter, wobei wir natürlich den Rechner auf schwarz umstellen mussten, weil es einfach viel toller aussieht, wenn ein schwarzer Hintergrund ist sowieso besser für den Bildschirm und für den Stromverbrauch und die Augen und so weiter. Und dann sieht auch unser Buch bei der Verlagsseite viel schöner aus. Hier, das waren die Annoncen in der FAZ, die zu den ersten Verkäufen führten, in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung. Und, ja, das ist alles, das waren die ersten Verlagsseitentexte, Beschreibungen und die sehen bei uns, das Einzige, was wir an dem Buch noch ändern können im Moment, ist quasi nur diese Verlagsseiten. Und deswegen, wenn Sie nach neuen Informationen suchen, müssen Sie immer wieder, hier, Richard Dawkins, das sind seine genialen, die Zitate aus seinen drei genialen Seiten, aus seinem riesen Mega-Bestseller, das egoistische Gehen, sozusagen, dort war er, da war er absolut genial und gehört in die Geschichte der Menschheit rein, also so, dass man sagen kann, nach Darwin, Wallace, Mendel muss man Richard Dawkins erwähnen, wegen dieser Zitate hier. Ja, und, und dann, Weltrat und Next Scientists for Future haben das bis zum Ende geführt, sodass jetzt die Menschheitsepoche der Aufklärung beendet ist und also hier pausieren und, Sie können hier jetzt selbstständig immer pausieren, ja. Ja, das bin ich, als der ich ja, der versuche aufzubauen, das Botschaftsgelände Köln des ersten Gemeinwohllandes der Erde. Ich bin herzlich eingeladen, das erste Buch zu lesen, dann zu versuchen, schon mal die erste, den ersten Einbürgerungstest zu bestehen und dann das zweite Buch zu lesen und dann den zweiten Einbürgerungstest zu lesen, zu bestehen und so sozusagen nicht nur bei der Glückssteigerung zu bleiben durch, wie sagt man, durch Aufbau des Schutzmantels gegen die manipulative, schädliche Wirkung der Zentralirrtümer auf unser Leben sozusagen, sondern auch eben dann wirklich dann zu handeln und vielleicht nur noch halbtags hier im Botschaftsgelände des Gemeinwohllandes zum Beispiel zu arbeiten und den Rest mitzuarbeiten am Aufbau des Botschaftsgeländes Köln des ersten Gemeinwohllandes. Aber man muss ja am Anfang ja einfach auch noch in der Lage sein, hier dann die Wohnungen anzumieten. Am besten, wir haben ja hier das kleine Minibüro des Weltrates und meine eigene private Wohnung sind ja beide hier im Haus der Commerzbank, genau in der Mitte des Karolinger Rings Köln und dort sollten die Leute natürlich als erstes nach Wohnungen suchen und so, dann ziedeln wir uns alle an und praktizieren nach und nach immer mehr Gemeinschaftsleben und wie das genau geschieht, wird ja in den Büchern dann klar. Und da sieht man nochmal, das sind die Sparten der Gesellschaft, da haben wir die Diktaturfreunde, Sparte und so weiter. Na gut, sie können ja alles stoppen und lesen. Das sind die Sparten und die daraus rausströmenden Zentralirthümer hier. Die Sparten strömen in die Universitäten hinein, ihre Zentralirthümer. Deswegen haben wir überall im Journalismus, in den Universitäten, bei den Spielfilmer machen, bei den Politikern und Parteien. Und alles ist voll mit diesen weltweiten Religionen und Sektenkonzepten, sodass alles durchdrungen ist von Zentralirthümern und den darauf fußenden Religionen und Sektenkonzepten. Und nur im Gemeinwohlland wird es eine zentralirthümerfreie, sektenfreie, religionsfreie Welt sozusagen geben können. Und ja, die Normalverteilung, das ist eine der wichtigen Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja, aber das war es mit dieser Präsentation und jetzt gehen wir über auf die Verlagsseite. Wo ist die? Das kann doch nur hier sein. Da googeln wir jetzt einfach hier zum Beispiel. Bei uns funktioniert, hoffentlich funktioniert das bei Ihnen auch. Buch Next Scientists im Paradies. Jetzt einfach mal stoppen, pausieren und googeln bei sich selber. Und da kommt als erstes ePubli Lovely Books, weil da auch viele Rezensionen sind über das Buch und so weiter. Da kommen natürlich auch viele Links. Aber eigentlich brauchen wir nur den Link hier. ePubli im Paradies der klugen, reichen und schönen Leben. Sie können ja auch den längeren Teiltitel drauf nehmen. Und dann gehe ich jetzt da mal drauf. Ich klicke mal drauf und da komme ich wohin. Link in neuem Tab öffnen. Wo komme ich da hin? Ja, da komme ich da hin. Und das kann ich jetzt auch beides zumachen, weil die Seiten habe ich schon auf. Nämlich hier lande ich dann und in schwarz sieht das schön aus. Da sieht man diesen dezenten Titel und so weiter. Und das sollte man alles lesen. Alles, hier dürfen Sie alles kostenlos lesen. Riesige Leseproben in Buch 1 und 2. Und hier die Einführung. Also ungeheuerlich ist die Aussage, dass Naturwissenschaft uns erkennen lassen kann, dass die Natur uns Menschen eigentlich 10 bis 100 Mal mehr Glückserlebnisse beziehungsweise Glücksmomente gönnt. Also all das, was man ihnen eingeredet hat, ach, du bist doch schon glücklich und ja, ich bin doch schon glücklich und ach, noch mehr Glück könnte ich ja gar nicht ertragen und ich bin ja so zufrieden und so weiter. Das ist alles Selbsttäuschung. Das ist alles, fußt alles auf den Zentralirrtümern, die überall rumschwirren. Da sind sie einfach nur ein Manipulationsopfer. Kein normaler Bürger kennt mehr als ein Hundertstel oder höchstens ein Zehntel der möglichen Glückserlebnisse. In meinen Kommune Projekten, von denen eines mich ja circa eine halbe Million Euro gekostet hat, habe ich wenigstens vielleicht mal 20% oder 30% des möglichen menschlichen Glückes erlebt und bin da schon auf Wolken geschwebt, teilweise, aber 100%, da bin ich unendlich weit von entfernt und weiß das auch, weil ich kann mir halt vorstellen, anhand der naturwissenschaftlichen Hinweise und Daten, die es überall in der Welt zu finden gibt, rund um die Naturwissenschaften, dass es noch viel mehr Glück für uns die Natur eigentlich vorgesehen hatte. Ja, und so können sie alles lesen und wie gesagt, für die Klügsten der Welt und die Schlauesten der Welt sind ja diese Preise Peanuts, das sind Spendengelder. Kein Professor, weder ich noch die Professoren, niemand kriegt auch nur einen Cent davon. Das geht alles in die Projekte. Es geht nur in Richtung Gemeinwohlland, nur in Richtung Botschaftsgelände Köln, des ersten Gemeinwohllandes der Erde und so weiter und in nichts anderes. Vielleicht, wir müssen ja dann auch Grünflächen zum Anbauen anmieten im Süden hier von Köln, um dann eben wirklich gesunde Ernährung zu bekommen, bis auf die Luftgiftstoffe und Bodengiftstoffe, wo wir natürlich genau gucken müssen, ob die Bodenböden relativ giftstofffrei sind und so weiter. Ja, weil hier in Deutschland ist natürlich alles verdreckt, das müssen wir uns klar sein. Also im Gemeinwohlland, ja, müssen wir gucken, ob wir ein Eckchen von Kanada oder Mexiko kriegen, wo alles noch sauber ist, nein, ziemlich sauber ist. Also die ganzen Luftgifte, die haben ja längst die ganze Erde beglückt sozusagen und dann sind niedergeregnet worden. Ja, aber na gut, wir müssen das Beste draus machen, was man aus dieser Welt noch machen kann. Und Sie sehen es, hier Rezensionen gibt es also hier schon unten in der Beschreibung wird es Rezensionen geben. Aber das sind die gleichen Rezensionen, die Sie jetzt schon alle gelesen haben, wenn Sie fleißig waren. Oder und das alles schön lesen hier. Und dann hierzu, ich zeige Ihnen, wie das mit den Links geht. Da können Sie, also aber das, im Prinzip stoßen Sie nur auf die gleichen Rezensionen, die Sie jetzt schon gelesen haben. Drüber markieren. Dann gehe ich hier auf zu, ich bin bei Google Chrome, weil Google Chrome kommt am besten mit der Verlagsseite zurecht. Also die Verlagsseite ist für Google Chrome gemacht worden. Wenn Sie also Schwierigkeiten haben mit den Leseproben, dann gehen Sie zu Google Chrome, dann haben Sie keine Probleme. Dann können Sie wenigstens unten den Balken gleich weiterziehen. Jetzt wechsle ich, hier bietet mir Google Chrome also an, zu Bitly wechseln. Bitly ist nichts anderes als ein Ding, kürzer, völlig harmlos. Und schon komme ich jetzt hier auf die Seite und dann kann ich eben auch wieder ganz viel lesen. Nicht immer den neuesten Stand der Texte, aber den neuesten Stand finden Sie immer auf dieser Verlagsseite. Und hier sieht man schon wieder Rezensionen, eine Rezension kann man lesen. Manchmal muss man das Wort Rezensionen anklicken. Hier findet man wieder, gehe ich wieder drauf. Wechseln und dann kann man hier wieder nach den Rezensionen, oh hier sind schon sogar die Kurzmeinungen, die Sie gelesen haben. Nochmal hier auf dieser Seite und dann müssen hier auch irgendwo noch Rezensionen sein. Sterne, dreimal fünf Sterne, hervorragendes Buch, Kurzmeinungen, Gutes tun. Ja, also Rezensionen, Rezensionen. Können Sie alles nochmal lesen, wenn Sie wollen. Sie haben es aber eigentlich schon alles gelesen jetzt, weil wir hoffentlich keine übersehen haben von den bisherigen Rezensionen. Ja, und hier können Sie die Leseprobe lesen. Das ist leider, finde ich, ein bisschen umständlich. Man muss dann also hier mit Dunkelhintergrund, mit Schwarzhintergrund, geht das ganz gut, dass man wirklich das so macht, dass diese Pfeile nicht stören. Denn die funktionieren immer noch nicht irgendwie und dass man dann eben hier bei Smartphones kann man da wohl wischen. Und hier können Sie jetzt also ganz viel Leseprobe lesen. Sie sehen es von Seite 1 bis hier, da beginnt ja mit dem Vorwort ein professioneller Autor, der für die Süddeutsche Zeitung und das Zeitmagazin schrieb. Der führt Sie ja ein in den ersten Band und dann lauter Profis aus der Buchwelt und so weiter. Und im zweiten Band führt Sie ein, eine Journalistin, die früher für die Deutsche Presseagentur, DPA, gearbeitet hat, geschrieben hat. So, und hier sehen Sie, Sie können bis zur Seite 19 hier lesen, wo dann ein Profi, der früher für den größten Verlag der Welt, ich glaube, der heißt Random House, Penguin Books, gearbeitet hat, der führt Sie ein in diese Bücher hinein, auch nochmal. Das ist dann die dritte Einführung sozusagen, ja, also und natürlich wiederholt sich da die eine oder andere Gedanke, aber jeder hat ja seine Perspektive, das Gemeinwohlland und die gesamten Konzeptionen vorzustellen. So, und dann geht es hier weiter, das ist Werbung, naja gut, dass wir ein bisschen mehr Gelder kriegen, als wenn Sie woanders bestellen. Das ist Werbung, die gut ist für uns und für den Verlag natürlich, weil der Verlag dann natürlich auch mehr verdient, der ja sowieso ganz große Teile verdient, also das heißt, der Spendenanteil, der bei uns landet, ist natürlich nicht so gewaltig dann, sondern nicht sehr groß, aber wenigstens bei ePublic, wenn Sie dort bestellen, ist es wenigstens größer, als wenn Sie bei Amazon bestellen oder so. Und dann sehen Sie hier wieder, das ist jetzt dieses Autorenprofil und da stehen jetzt nur noch links drin, jetzt Thalia Buchhandlung, kennen Sie vielleicht, da geht man auch wieder einfach drüber und schon habe ich irgendwo wieder hier wechseln und dann habe ich wieder irgendwie Thalia und dann habe ich wieder alle Informationen, Beschreibung, alles teilweise veraltet, teilweise neu. Da sehen Sie noch die älteren Informationen und dann hier, das meinen die Kundinnen, Rezension, zweimal fünf Sterne, tolles Buch, ein tolles Buch für jeden, der über den Tellerrand schauen möchte. Und so können Sie also gerne alle Rezensionen hier nochmal lesen, Hugen, Dubel, Thalia und so weiter und dann wieder ganz abgekürzt Bitly und Bitly kürzt Amazon mit einem extra Amazon-Kürzel hier, das ist das Amazon-Kürzel ab, also da kommt man dann wieder auf die Amazon-Rezension und so weiter, Rezensionen und so findet man sich zurecht und ja, Buch mit aufklärerischem Charakter, aber das dürften Sie ja alles eben schon gelesen haben. Und so können auch die Leser, die direkt hier drauf kommen, auch alles das hier lesen. Und dann ist wichtig noch, dass Sie kommen dann ja auf den Band 2, den müssen Sie dann auch anklicken, nämlich so, wenn Sie alles gelesen haben, dann müssen Sie zum zweiten Band wechseln und ich würde Ihnen auch empfehlen, auch wenn der zweite Band sich genauso bedeckt verhält wie der erste, ja das ist jetzt der zweite Band, ich aktualisiere gerade nochmal und der hält sich natürlich genauso versteckt und bedeckt wie der erste Band, denn auch dort werden die heißen Eisen, also die, was weiß ich, 25 oder 27, 28 wichtigsten Zentralirrtümer noch nicht erwähnt, sondern nur diese leichte Kost, die für Anfänger geeignet ist, weil auch der zweite Band eben nicht erst sozusagen schonend einführen will und dann erst die ganz großen Hämmer bringt, ja und von daher müssen Sie also auch hier, da steht es auch, am Ende werden Sie in Kontakt gekommen sein mit Gedanken bzw. Memen, bei denen Sie geschworen hätten, dass es sich um absolute Wahrheiten handeln würde, für deren Verteidigung Sie vielleicht sogar bereit gewesen wären, Gewalt anzuwenden oder gar zu töten, ja, also das heißt, deswegen lesen Sie ganz von vorne, lassen Sie sich ganz langsam hinführen, nicht, dass Sie dann durchdrehen, wenn Sie dann die Sachen lesen, die am Ende sind, schützen Sie sich vor einem völligen Durchdrehen, indem Sie wirklich alle Texte nacheinander lesen und niemals eine Seite überspringen, ja, denn Sie brauchen dieses Vorwissen, dieses Training, diese auch kleinen Wiederholungen und so weiter, damit das sitzt, bevor Sie an die Zentralirrtümer kommen, wo Sie tatsächlich in die Krise kommen könnten, ne, also das, nicht, dass Sie mit uns hier irgendwie durchdrehen, ne, und in die Krise kommen, ne, ja, und hier, hier steht es auch nochmal dann zum Schluss, also wieder, wir haben hier diese drei großen Ziele der Bücher, großer Zuwachs an Glückserlebnissen, Aufbau eines Schutzmantels gegen die sich schädigende manipulative Wirkung der Zentralirrtümer ZIs, ja, betens, sehr großer Glückszuwachs natürlich, Leben in Außenstellen, Botschaftsgeländen des Gemeinwohllandes, Gemeinwohlgemeinschaften, ne, zehntens, größter Zuwachs an Glückserlebnissen, Leben in einem neuen, 194. UNO-Staat im ersten volldemokratischen Gemeinwohlland, so, und jetzt, der Niedergang Deutschlands und so weiter ist ja nicht mehr aufzuhalten, ist klar, und dass die Next Scientists for Future, viertens, das wurde neu hinzugefügt, und das, weil es in den Büchern tatsächlich nicht erwähnt wurde, aber wer die Bücher gelesen hat, der braucht eigentlich nur durch einen Satz im Telefongespräch, die Band, man soll ja nach jedem Band bei uns anrufen, und, und erst mal seinen Zwischenexamen machen, und so weiter, seinen Einbürgerungstest bestehen, und da kriegt, kann man mit einem Satz, wenn man dann mit einem Satz erklärt, kriegt, wie das mit dem Klima und solchen Dingen, wenn man das wirklich wollte, als, wie man das weltweit sofort lösen könnte, wenn man, wenn die Menschheit klug genug wäre, was sie nicht ist, also, und das, die Next Scientists for Future, deswegen heißt ja unser Arbeitskreis so im Weltrat, als Einzige auch alle Umwelt, Klima oder Kriegsprobleme hätten längst lösen können, gäbe es denn genug Vernunft, werden Sie bei einem Anruf beim Weltrat in Sekunden verstehen. So, beginnen wir wieder mit leichter Kost, ach und die Telefonnummer ist schon in der Leseprobe drin, das heißt also, Sie können auch jetzt schon lesen, auf Seite 10 dieser Leseprobe des zweiten Bandes, können Sie dann, das zeige ich Ihnen auch gleich, so, beginnen wir wieder mit leichter Kost, und nähern uns dann langsam den ganz großen Ungeheuerlichkeiten, bringen Sie sich nicht in eine persönliche Krise, indem Sie auch nur eine Seite jemals überspringen, und Sie sehen es, hier geht es los, gleich mit dem zweiten Band, mit der zweiten Seite, weil was, die Titelseite kennen Sie ja jetzt schon, und dann zum Beispiel zeige ich Ihnen mal die Seite 10, da müsste doch eigentlich, das ist jetzt die Journalistin, die für die dpa gearbeitet hat, die müsste ja jetzt gleich hier beginnen, uns einzuführen, ja, eine Journalistin, die früher für die dpa schrieb, für große Medien steht hier, und, ja, die macht das ganz passabel, uns hinzuführen zum, zum Grundthema, so, und jetzt gucken wir mal auf der Seite 7, 10, 10, 10, da müsste jetzt unsere Telefonnummer, ja, da ist unsere Telefonnummer, unsere einfach E-Mail, wir haben natürlich auch eine schönere, aber das einfachste ist doch, Weltrad.gmx.net, ne, und hier können Sie immer um 10 Uhr anrufen, Montag bis Sonntag, sieben Tage, bin ich hier am Telefon, es ist gerade 11.11, Karnevalszeit hier in Köln, also noch bin ich im Büro, aber 10 Uhr ist schon richtig, und Sie sehen, es geht hier weiter bis Seite 24, alles kostenlos zu lesen, aber alles nur leichte Kosten, ja, also Sie kommen natürlich über die Leseproben nicht an die wichtigen Zentralirrtümer ran, also an die, auf die Sie bis jetzt voll reingefallen sind, die werden natürlich nicht erwähnt, weil wir wollen ja nicht dafür sorgen, dass die Leute unser Buch nicht mehr bestellen, ja, also deswegen ist alles, was wirklich wichtig ist, ist in den Leseproben natürlich nicht drin, ja, also das kommt dann erst, ja, und hier haben wir wieder das Autorenprofil, das ist gleich bei beiden Bänden, da haben Sie wieder die gleichen Rezensionen, die Links, und dann können Sie hier wieder zum Buch 1 zurückgehen, ja, so haben Sie also alles, und hier diese ganzen Sachen, und das ist natürlich die Welt der aus unserer Sicht Zentralirrtümer liefernden Bücher, Sie können natürlich weiterhin, auch in der Welt der Zentralirrtümer weiterhin leben und sich einreden, Sie wüssten schon, was glückliches Leben ist. Ja, das war's für heute, ja, also, Tschüssi, bis bald! at! 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 Das war's.